Hey Leute, Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Minispiele. Ja, das ist die Folge 035. Ich denke mal, ich hoffe ich habe mich jetzt nicht verdacht. Verdacht. Ähm. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Keine Ahnung. Auf jeden Fall spielen die neuen Spiele aus sich Spielen Modi Zombies auf dem Gommes-Server. Ich weiß, es ist jetzt nicht mehr so ganz neu, aber zumindest auf meinem Kanal neu. Die erste Folge. Es geht darum, hier sind überall Dorfbewohner und es gibt Zombies und normale Spieler. Und von den Spielern werden immer Zombies ausgesucht. Und die müssen dann versuchen, die Dorfbewohner zu killen und halt die Spieler zu killen. Ähm. Ich hoffe mal, ich werde das hier ein bisschen gemischt hinbekommen. Okay, jetzt müssen wir mal Zombies. Jetzt sind wir Zombies, Zombies. Das sind unsere Effekte. Jetzt müssten wir versuchen, die anderen Spieler zu töten. Außer halt unsere Zombies. Und die Dorfbewohner. Das ist eigentlich ganz einfach. Und wenn man uns tötet, respawnen wir einfach. Und wenn wir irgendwelche anderen Leute töten, dann ist es so. Ähm, nee, Zombies, okay. Ähm, die respawnen nicht und werden dann zum Zombies. Das heißt, sie sind dann identifiziert. So, alter, die ziehen mega viel. Alter, alter. Ja, genau. Alter, das ist mega schwer. Vor allem mit so einer Ausrüstung. Ich glaube, wenn man einen tötet oder so, bekommt man eine bessere Ausrüstung. Bin mir da nicht so sicher. Alter, die ziehen. Guck schon, komm schon, kriege ich den. Nein, er hat mit zwei Herzen. Guck schon, den muss ich kriegen, den muss ich kriegen, den muss ich kriegen. Das muss ich unbedingt schaffen. Ich weiß, das ist nicht gerade die beste Runde. Aber... Zusammen kriegen wir den. Nice. Guck, jetzt haben wir beste Ausrüstung. Komm schon, komm schon, komm schon, versuch den Dorfbewohner zu... Ja, nice. Komm schon, töten, 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 töten. Nein, scheiße. Und wenn halt, ähm, wenn ich tot bin, dann droppe ich einen Zombie-Kopf oder auch Skull. Und den müssen sie dann neben die Dorfbewohner tun. Okay, das ist schon mal identifiziert. Okay, hinterher ist mir einer. Ehrlich, ich schaffe das normales Alter, das ist irgendwie mega schwer. Okay, neuer Villager, okay, acht von zehn. Okay, wir haben jetzt schon zwei Villager identifiziert. Komponenten können wir den dann angreifen. Vielleicht müssen wir angreifen, wir müssen mal angreifen. Wir haben ihn. Get down. Oh, oh nein. Aber die haben ja doppelt so viele Leben oder so. Oh, nee, haben sie nicht. Warte, Alter, drei. Alter, lol. Wir sind gerade mega am verlieren. Die haben knappe 15 Köpfe gerade mal. Ja, wir gewinnen. Ich hoffe mal, dass wir nächste Runde mal ein normaler Typ sind. Dann können wir nämlich beide Rollen mal zeigen. Boah. Scheiße, was machen wir jetzt? Wo ist denn hier einer? Da war einer. Komm schon. Den Stappen bei uns. Ja, der ist schon. Okay, nice. Da ist ein Bombe. Hallo. Der ist fast down. Den Stappen bei mir. Nice. Wer geht das in meine? Okay, jetzt habe ich schon mal eine bessere Rüstung. Jetzt gibt es überhaupt Pferde, Alter. Es gibt noch... Hä? Was ist das? Lol. Und jetzt? Hä? Was ist los mit dir, Specs? Was ist los mit dem Minecraft? Hä, ist das wohl mal weg? Okay. Ich sage da mal nichts zu, ne? Was hat das denn? Ist das ein Spiel im Zuprieren? Nee, ne? GG. Ich würde sagen, GG. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Ja. Wir sind jetzt in der zweiten Runde. Um ehrlich zu sein, auf einem Balkon. In der Lobby. Lass mich raus. Hier rauspacken. Okay, es geht los. Null. Okay, ich hoffe mal, dieses Mal sind wir normale Spieler. Wir spielen übrigens die Map. Cliff Cutler? Nee. Äh, egal. Ähm. 10 von 10 Billiter. Okay, ich habe die Map noch nie gespielt. Ich habe Zombies generell erst dreimal gespielt. Also, das in der ersten Runde war die vierte. Der hat das zusammen mit Jonas gespielt. Die kennt ihr ja auch. Ähm. So, nochmal. Oh, ich wiederhol's nicht. Okay. Ich bin ein ganz normaler Spieler. Okay. Da vorne sind schon die ersten Zombies. Erstmal. Nice. Harte Zeiten. Töte einen Zombie. Oh. Okay. Ich gehe mal hier hoch. Da vorne ist ein Spieler, der wird gemetzelt. Keine Wahl für einen Menschen, der sich gerade einen Zombie verunrundet hat. Okay. Das kann man. Ähm. Auf jeden Fall. Ich mache gerade mega viele Erfahrungen. Ja. Im Spiel. Hm. Der ist noch komplett geheilt. Der zieht gerade. Ich weiß nicht genau, wie es aussieht. Aber. Wo sind die Zombies? Weil ich sehe gar keinen. Wo spawnen die denn? Mann, hier war ja der Spawn, ne? Wo spawnen die denn? Alter. Da sind die ganzen. Ich meine, getötet. Alter. Ich habe zwei Köpfe. Okay. Ich treffe die mega viel. Da sind... Okay. Warte mal. Nice. Äh. Da sind... Du darfst niemals zu mir kommen. Nee, 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 nee. Du kommst niemals hier hin. Mein kleiner Freund. Da vorne sind Zombies. Und nicht zu knapp. Komm schon weg, 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 weg. Nice. Oh, ist ein harter. Den erledigen wir. Den erledigen wir. Nice. Gut. Komm schon. Fili doch da rein. Hallo. Hallo. Gut, gut, gut. Okay. So, oben. Das war nicht was los. Also, die wollen... Oh, die wollen immer hier rüber. Entweder über die Brücke oder oben oben. Dann heilen. Nice. Und? 35 von 50. Okay, das geht auf jeden Fall besser als letzte Runde. Vor allem viel schneller. Da ist wieder einer. Zwei. Oh, Alter. Scheiße. Kann er sich regenerieren? Was war jetzt? 40 von 50. Ich hab noch mal einen. 44? Da war schon wieder dieser Bug. Aber wir schaffen das. Nice. 44 von 50. Wieder rein. 48. Hä? GG. Aber... Hä, wieso ist das immer so rot? Ich check es nicht. Auf jeden Fall haben wir gewonnen. GG. Okay, Leute. Das war's von der Zombie-Minecraft-Mini-Spielrunde. Wir haben gewonnen. Wir haben keinen einzigen Villager geknappt. Ja, gut. Ähm. Wir waren einmal Zombie und einmal... Mensch. Alter, warum hab ich den schwarzen Bild... Was ist denn los mit dir? Was ist das? Das ist kein Shader oder so. Ich hab... Alter. Wie sieht das denn aus? Das ist ja mal mega krank. Naja, gut. Ähm. Ich denk mal, das ist Java oder Spexbuck. Auf jeden Fall, Leute. Das war's mit der Aufnahme. Von der Folge eher. Wenn's euch gefallen hat, dann bewertet bei dem 2 Däumchen unter dem Video. Würde mich sehr, sehr freuen. Schreibt in die Kommentare, was ihr als nächsten Spielmodi haben wollt. Welchen Server und so weiter und so fort. Was für Wünsche ihr noch habt. Na dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal.